Willkommen wieder zurück auf meinem Kanal Ken67. Ich habe das zweite Kreuz gefunden von der Heimbasis mit den Millionen Displays die an der Wand fahre ich meinte fühlen sie sich beobachtet und ich meinte ja wir fühlen uns beobachtet. Meine Freunde ich habe es gefunden alles in diesem Video. Wenn du neu bist und mehr Fortnite Clicks haben willst dann abonniere auch gerne. Lasst einen Daumen nach oben da und viel Spaß mit dem Video. Gucken wir uns das Bild an sehen wir nichts besonderes und gucken jeden Kasten an sehen wir auch nichts besonderes aber wenn man genau hinschaut sieht man ganz unten beim Geländer neben dem Monitor dass da noch ein Kreuz ist bei Royal Castle. Ich glaube einfach dass Royal Castle die nächste Zeit zerstört wird und da eine neue Stadt kommen wird oder alles zerstört wird und das wird einfach für immer weg bleiben. Das war's vom Video lasst gerne ein kostenloses Abo da und lasst einen Daumen nach oben dann würde mich sehr freuen.